6 Fertigkeitspunkte Wo wollte ich denn reinhauen? Hier könnte ich die reinhauen, ne? Aber es war eigentlich was, was ich noch skillen wollte, hier, ne? So, da werden die Turngeschosse Hier werden die Wurfständer, glaube ich, aufgefüllt, ne? Und hier haben wir die Pfeile, genau So... Die Pfeile... Ach... Ja... Ach... 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 Leider, den können wir nicht passen zum skillen Die beiden könnten mit Twitch skillen... Wie sieht's denn hier aus? Fünvernei, Walzer... Schade... Die Regeneration... Schnellangriff... Das ist natürlich auch irgendwie vom Vorteil, glaube ich... Hm... So... Öh... So... Wird ja scheinbar die von Twitch-Tressern... Hm... Auch eigentlich praktisch... So, was haben wir noch so hier... Luftangriffe... Direkt Treff... Kann ich mir leider nicht leisten... Ist auch zu teuer... Ist auch zu teuer... Ja... Ich hab's verstanden... So... Hier... Stehlen... Das brauch ich genau hier... Stehlen wollte ich machen... Genau... Da brauch ich mich einfach nur die hier... Für... Bestienflüsterer... Wär eigentlich auch inzwischen ganz cool, ne... Ja... Die beste Flüsterer hat mit... So... Heilungswelle... Verbindete... Möglichstes... Möglichst Verbindete... Von der Wirkung deiner Heilgegenstände zu profitieren... Oh... Hier haben wir jetzt auch... Französisches Training... Okay... Und da haben wir auch jetzt was Neues... Okay... Äh... Bindung... So... Jetzt da noch, ne... Okay... Ah... Jetzt haben wir hier... Edo... Die ganzen... Das sind jetzt die ganzen Gebiete... Leitfäden... Da brauch ich nochmal nix... Da auch nix... Anderonien... Trafen... Du wirst... Es steht... Ja... Sei gewarnt... Wenn du solche Kämpfe anlässt... Lässt du deine Verfangenstücke zu erhöhen... Hm... 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 Ah... Sind die dekorative Kordeln... Ich weiß nicht... Oh... Okay... Cool... Ah... 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 Jetzt die Frage... Wo könnt ihr jetzt hier noch mein Schatz sein? So... Da war Katze... Oh... Hier vielleicht... Ne... Ah... Ne... Nicht mein Schatz... Ich bin ja fertig... Stimmt... Dann kann ich jetzt da hingehen... Stimmt... Das wäre jetzt mein nächstes Ziel... Würde ich sagen... Da ist schon wieder so einer mit nem Schild... Was ist denn mit den Typen los? Aber wir gehen da rüber... Können wir auch machen... Tollte ich mal... Hallo... Ja... Wir haben mich jetzt schon ganz gut ausgerüstet... Vor allem sind wir jetzt schon Stufe 8 oder was? Ja... Stufe 8... Wir sind jetzt schon überlevelt für das eine Ding eigentlich... Aber hey... Wollen wir uns sonst nicht stören... Würde ich aber mal behaupten... Ah... Schade... So... Nein... Nein... Wir sind voll einfach... Hinreißen... Dann schwimm ich da wieder rüber... Ganz doof gefragt... Da... Ich mach mal eben... Einen Moment... Wenn ja... Einer... Ne... So... 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 Oh... So... Ist das denn... Ein Beamter... Was ist denn ein Beamter? Was ist denn ein Beamter? Okay... Das sind schon da drin... Dann gehen wir erstmal hier hin... Und den... Das schon immer... Hier ist ein Händler... Was haben wir denn alles? Ein Schrein... Vier Wahrzeichen... Ach... Scheiße... Da finde ich... Ah... Nooo... Okay... Und vier Dinger... Ah... Gut... Ja... Alles klar... Yokohama... Yokohama... Ist der Wahnsinn... Oh... Ja... Beiseite... Was haben wir hier? Oh... Zack... War ja schon sehr auffällig... Gelber Lotus... Okay... Müssen wir uns schon drauf kratzeln... Ist das... Das Ding... Was ich denke... Was es ist? Ja... Ist es... Okay... Das war der... Den man aus dem Trailer könnte... Ich hab's irgendwie anders gewürzt... Okay... Zack... Wumm... So... Jetzt könnte ich auf Schiff segeln... Und los... Ist das schief ein Wertzeichen? Da ist ein Katschatz auf jeden Fall... Oh... Oh... Mein Schatz... Importiertes Buch... Bei dir... Ich möchte wissen... Was finden... Halten... Können überall gefunden werden... Falls du... Kann ich einen Erfinder geben... Okay... Ah... Hier war ein Schrein... Den Schrein hab ich übersehen... So... Wollen wir denn den Schrein... Da muss wahrscheinlich da drin sein... Ui... Ja... Oh-oh... Aua... Äh... Ne... So... Cool... So... War das... So... Den Beamten... Später... Dann gehen wir erstmal hier hin... Oh... So... Gute Strecke jetzt... So... Lauf, lauf... Lauf, Mädchen... Lauf... So... Was haben wir denn hier so... Homesteel... Ey... Was ist das denn für ein Name... Homesteel... Oh... Oh... Oder mei ich das nur... Klingt das komisch aus... Von mir... Setz hier ein Wahrzeichen... Hallo... Opsi... Kein Wahrzeichen hier... So ein riesiger Japanischer Warten... Englisches Haus Nummer 1... So... Okay... Dann ist das hier das Wahrzeichen... ... beim Bau... Ein englisches Haus Nummer 1... So... Aber das soll wahrscheinlich auch ein Wahrzeichen vermute ich mal... Sehr viele Kutschen hier in dem Gebiet... So... Zack... Heuer! So... Na guck mal, da hat man sogar schon einen Namen gezeigt... Und das andere Wahrzeichen... Und da... Ja gut, das habe ich mir ja schon gedacht... Dann gehen wir erstmal hier hin, würde ich sagen... Ist ja fast geradeaus... Dann kümmern wir uns um den... Richtling... Und dann gucken wir uns was... Das sieht auch schick aus hier... Habe ich auch mal geschneid, was du da sagst... Ja... Hallo Herr... Was hast du denn so? Oh du hast... Ach... Kohle... Warte, hast du... Schwarzpulver... Was darf ich sein? Pfeile... Könnten wir trotzdem... Äh... Komm gerne wieder... Na... Was soll denn hier... Ein Schmied oder was? Willkommen... Wodach suchst du? Was musst du kaufen? Oh... Ein Katana... Für 34.000... Wodach suchst du? Kann man ja mal machen... Ne Bambus... Jo... Womst du ne Bambus... Jo... Womst du ne Bambus... Seide... Okay... Cool... Ich kann alles härter machen... Könnten wir machen... Könnten wir machen... Könnten wir machen... Wir wollen... Wodach suchst du? Zerlegen... Das wollte ich auch... Das will ich zerlegen... Das will ich... Zerlegen... So... Das Schie... Das ist auch nur Dashi... Na ja... Säbel... Na gut... Das... Was... Das steht zur Säbel... Das war eine andere... Sache, ne? Hm... Na gut... Stangenwaffe... Angeschwert... Bayonett... Warte... Das ist ne richtige Waffe... So... Okay... So... Du... 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 Dankeschön... So... Wir sehen uns! Oh... Denk ich auch mal, ne? Äh... Wo sehe ich denn eigentlich... Mein Inventar... Zeugs... Zur Erstellung von Sachen... Habe ich jetzt viel? Oder ist es wenig? Ich weiß es nicht... Bomb-Wolga... Hm... Kann man auch trotzdem noch einiges machen... So... Okay... Dann lass uns angucken... Äh... So... Dann wollte ich hier hin... So... Mal hier runterlaufen... Also wir sind genau auf der Grenze... Entscheins... Gerade... Oh... Da ist... Oh... Ist das eine Flickhaus-Forderung? Cool... Ich mach eben hier... Kann ich einfach hier hinreißen... Das will ich mal dann später hier weitermachen... Ups... Entschuldigung... Miozaki... So... Kackding da... Ah hier ist ein Glockenturm... Da gibt es ja doch zwei... Oh... Wie ich gesagt hatte... Ähm... So... Wahrzeichen... Aber hier sitzt aus... Kann man ja was machen... Kann ich hier hinweilen... Äh... Hilfe... So... Kann ich die Stelle irgendwie hoch... Anscheinend... Okay... Oh... Dann machen wir auch an den Monsieur... Freigeschaltet nochmal... Eieieie... So... Deinen Schmitt hat ich ja schon... So... Dann will ich da hin... Das gucken wir uns gleich an... Und dann machen wir das doch noch... Das doch noch... Das auch noch was... Das so... Jo... Okay... Die Zerratzeichen... Ein Flüchtling... Und das doch... Okay... Wir haben auch schon viel dann gemacht... Mit fünf Schatztruhen... Ich hab jetzt eine... Hier... Muss ich mich jetzt schlecht finden... Deswegen... Ja... Scheiße... Wommen... HOMO! Wipp... AUH! Demn! Hallo, ich würde mich gerne heilen! Der W Perdue Was ist das? Es geht mir zu. Ja er ist ein Tor. Ja da war ich noch nicht. Ongo, ongo. Ich auch nicht das hier. Ja. Das hier ist kein Wahrzeichen Ernsthaft Ist doch wunderschön hier Oder meine ich das nur Ist doch schön so im Garten Dann gehen wir da hin Machen wir uns mal die offene Schliessische Rett Come on, ich hab immer einen Gegner gekillt Was ist denn los? Gut so als wäre jemand gestorben Er gut ist auch, aber hey Ist jetzt nicht so als hätte er es nicht verdient gehabt Ich dachte gerade wäre verraschend Schatz Aber nur Ja, da fiel mal so viel Ich würde mir den nachher auflegen Hier gibt es auch noch ein Kätzchen Kätzchen, Kätzchen, Kätzchen oben drauf Oder hier drüben Ah, hier drüben wahrscheinlich Oh, hi Okay Okay, das wusste ich nicht Das konnte ich nicht sehen Okay, fehlt auch noch eine Katze Oh Drei Katzen Oh ja Das ist ja so voll überrascht so Ich bin nicht überrascht gewesen Aber ich denke mal einfach so Er hätte mir eigentlich auffallen können, ne? Oh 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 Ah, wow. So. Alter Schwede. Was war denn jetzt hier los? Oh, ich hab drei Gegner, einen würdigen. Ich wusste nicht, dass das Gebiet so groß ist. Hätte ich das gewusst, hätte ich das anders gemacht. Bin ich natürlich ganz ehrlich. Das gehört alles noch hier zu. Das muss mir einer sagen, ne? So. Ist auch noch ein ehrwürdiger Gegner, okay? Ist das hier alles? Warum? Alter Schwede! 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 Oh! So... Neh, 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 neh Ein Ninja? Oh, schau doch Ach, war neu zu Ganz ehrlich Uff Machen wir das noch einen Wal-Wal Okay Alter Schwede, der hat mich aber Oh, da ist auch noch einer So Bauch erledigt Was mit ihm? Hä? Ah Ist jemand überfreit oder was? So Ja, paar amerikanische Gruppe 3 Sehr schön Wir sind Stufe 9 Keine Eile Lass dir Zeit Na gut, äh Kann ich bitte mit meinen anderen Waffen vergleichen Vielleicht Kann ich bitte mit meinen anderen Waffen vergleichen? Vielleicht Irgends cool Keine Eile Lass dir Zeit Ah, ich kriege mal einen Fertigkeitspunkt Okay Ich danke dir Für deinen Besuch Ja, was war das jetzt mit der da? Ist weg Okay Ich erinnere, was das war Oh Oh Ah, das war der Händler Hier ist irgendwie Home Die Tür, die wir suchen anscheinend Da Zack Ah Ah Mein Schatz Matrosenuniform Okay Und nochmal so ein Ding So, komm So Ob und auf Ja, was war das denn mit ihm so ein breitschner Schleifere Wetten können? Also, wir wohnen ihn da Können da einfach nur Golf nehmen oder? Wie seh das aus dann so? Wie komm ich da hoch? Hab ich mir jetzt einfach mal so gedacht? Ui Wollt ihr aber Knipplinger gesprungen, ey Krass So Dann machen wir mal so Wir haben nix bekommen, schade Okay, so Katzen Und Geschütze Oh, hier ist aber noch ne Schütze Okay Da ist da auch noch ne Katze Da, die Katze kann man jetzt auch noch mal machen Da ist auch noch ne Okay Und hier ist auch noch ne Achso, oh, die Katze ist vom anderen Gebiet Aber die geht noch dazu, okay Alles klar Weg jetzt nicht, ne Die komischen Katzen Aber gut So Danach ist einmal hier unten drun Da war ich schon drinnen gewesen Hey Ich das verstehen? Achso, es gibt noch ein Obergeschoss hier Achso Achso Okay, das wusste ich nicht Und da kann ich dann da rein, okay Na gut, das wusste ich echt nicht Aber das sollte eigentlich Sollte eigentlich relativ leicht zu erreichen sein Wenn sie springen würde Ah, über dem geheimen Versteck Äh, über dem Über dem Versteigen Versteck Noch Noch ein Äh Langsam das Versteck dann zu platzieren Genau meine Nummer So, dann gehen wir da hin So Ah, die Gegner werden aber jetzt schwerer Aber ich bin echt froh bei der Wahl meiner Schwierigkeitsgrad ist, muss ich sagen Da bin ich echt sehr sehr froh drüber Da bin ich echt sehr sehr froh drüber Ich glaube, sonst hätte das echt richtig Probleme geben können Schon jetzt Und wie gesagt Und ich will ja hier jetzt Kanyo spielen Ich will ja etwas wie Ghost of Tsushima haben Soll ich jetzt einfach mal ganz drauf gucken Ja, was ist das für ein Tsunami-Key Achso, das Schiff hier, oder was? Ist das das Wahrzeichen? Okay Ist das eine dreifarbige Katze? Ja, ist das Was ich glaube, ist das Oder? Ja, die hätte man mal, okay Alles klar Tschüss, danke Sehr schön So, machen wir das Das, das, das Ne, eine Katze Dann können wir da den machen Wollen wir da aus die Katze holen Sehr schön So, äh Und darüber Das Hier rein Achso Achso Ah, natürlich Okay, müssen wir da irgendwie Irgendwie, irgendwo Irgendwann Die Mauren laufen So reinfassen, oder? Außer natürlich, man fällt einfach runter Nice Wow Wie geht das bitte? Wie geht das bitte? Außer natürlich, man Ganz oft jetzt Ich dachte grad schon, ich geh jetzt nicht rein Weil der Ding hier zu weit vorne platziert ist Habe ich grad echt geglaubt So, noch was hier So, noch was hier Geschenktes Odashi Okay Wir müssen gleich mal alles gucken gleich, ne Uff So, dann die Katze Da müssen wir mal vorsichtig sein, ne Die erschreckt sich ja Die erschreckt sich ja Hierdurch So Hallo Kätzchen Ach, schade Aber sie hat erst geschnurrt, oder? So Ach, die bringen Plus 3 sogar Okay Oder wie So, das haben wir Das haben wir Die Kiste scheint irgendwie zu schweben Da darf ich nicht hin, okay Dann nehmen wir mal da hin Ich hätte auch alles höher zu liegen, irgendwie Oh, die Katze ist wirklich schon auf dem Tor Okay, und die andere Katze ist da oben auf dem Tor Okay, und die andere Katze ist da oben auf dem Tor Alles klar Wie soll ich hin und gehen? Ja, eigentlich nicht so, oder? Hallo? So, hier will ich hoch Da sehe ich auch was Okay, ich muss irgendwie auf das Haus hier im Standort Hm Hm Hm, hm Mensch nicht hoch genug, ja Leider Okay, ich muss irgendwie auf das Haus kommen Ja, ich muss auf diesem Haus Erst auf Okay, viel gut Ich vermute jetzt einfach mal hier lang Oh Natürlich passiert Ich hab einfach Sorge gekonnt, ob wir Jo, das war knapp Ach, hier war ein Schatz, keine Katze Oder egal, hier war ein Schatz So, was haben wir jetzt? Ein Wahrzeichen, wird nachher das da So, eine Katze Die ist da Und der fotografiert, gut Wie kommen wir denn da hoch? So Nur einfach das, was Oh, kann man es da nicht hochziehen Mit dem Ding So Oh, schade Oh, haben sie schon gehört Okay, ich hätte gedacht, dass ich falsch aus dem Gleiterhaus Oh, geht doch So, hallo Katze, bist du nicht hochgekommen, ey Junge, Junge, Junge So So Katze geschafft Sehr schön So Wenn wir das und das noch da Das ist einfach nur hier in den Oh, das war schon Oh, guck mal, hier war ich auch hochgekommen Zack, und hier komm ich rein Okay, ist hier der Beamter irgendwo los? Oh, das kenn ich aus dem Trailer Oh, 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 was ist das hier? Oh, okay Cool Oh, guck mal hier So, irgendwie unter mir ist der So, irgendwie der Schnürschuh So Wer hat es auch noch keine Fallschamen mehr kriegen Und so weiter Gut Ich muss nur mit ihm werden wir dann jetzt da irgendwie reingehen So Ach, cool Und das Gebiet auch so weit Und das so weit Das so weit auch schon mal Und hier Gut, hier fangen wir Dann erst später auch noch Genauso wie hier Das war dann Yokohama Das war das hier Oh, noch zwei Gebiete Yokohama Ja, fast fertig Hier findet die Fotografie Hier findet die Nacht Für den Okay, cool Ja, wir machen es dann Machen wir in der nächsten Folge Und bis zum nächsten Stream dann weiter Also Haut rein Ciao, ciao